Die Wettershow. Aber zum letzten Mal können wir hier diese warmen Temperaturen genießen. 16 Grad in Innsbruck oder auch in Linz-Salzburg. In Wien noch 19 Grad, so auch in Klagenfurt. 20 noch in Lienz oder in Graz. Aber dabei bleibt es nicht. Und das sehen wir auch schon bei unserer Prognose. Denn der Regen kommt im Westen schon am Nachmittag ziemlich heftig. Und dann auch in den Abendstunden und da kühlt es ab auf 9, 8 Grad dann am Morgen, am Karsamstag. Und auch im Osten sehen wir sehr, sehr viel Regen kommt hier herunter. Das braucht die Natur, aber die Abkühlung, die ist eben auch mit dabei. Und jetzt sehen wir, wie es weitergeht. Also am Sonntag dann 12 Grad immerhin, aber der Karsamstag sehr, sehr kalt. So der Osterhase wird wohl eine Haube brauchen. Das Gleiche im Osten. Wir sehen hier nur 10 Grad und am Sonntag dann 12 Grad. Aber es wird dann im Laufe der nächsten Woche wieder frühlingshaft warm.